Meine kleine Honigbiene, wir beide waren ja heute mit Fritzi schon im Park. Fritzi ist mein Raucherdackelmädchen, noch nicht mal ein Jahr alt. Und ich hab mir gedacht, es macht vielleicht Sinn, wenn ich den Rütter da mal ranlasse. An Fritzi. Wie war denn so dein... Alles über den Hund. Wie war dein Gesamteinbruch? Ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich, also ich wusste, wir treffen uns morgens und abends in der Sendung, hatte ich mir schon so viel Sticheleien zurechtgelegt. Weil ich ja damals die Mobsdame auch kennenlernte. Und ich wusste, okay, wenn das nur ansatzweise in die Richtung von Ella geht, dann werden wir wohl Sicherheitspersonal im Park brauchen. Aber ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wie viel du dich mit dem Dackelchen beschäftigt hast. Also ich glaube, das, was der Dackel jetzt mit einem Jahr kann, konnte Ella ja in 15 Jahren. Also das finde ich schon ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ja, das rührt mich jetzt sogar beinahe. Das Tolle ist, wir haben das alles aufgezeichnet für unsere Jubiläumssendung, 30 Jahre Riverboot. Und das gibt es am 7. Januar, meine Damen und Herren. Und er war nicht nur nett. Also du warst auch, ja, muss man schon auch sagen, aber Fritzi hat alles gegeben. Das können Sie sich dann alles am 7. Januar angucken. Das, was ich aber am auffälligsten fand, war, ich hatte dich gar nicht für mich alleine. Wir sind da durch den Park gelaufen und jeder, der einen Hund hatte, Ah, der Rütter, sagen Sie mal, folgendes. Ja, das ist natürlich das Schicksal. Das ist ja klar, das gehört auch dazu. Das Problem ist, dass die Menschen gerne sechs Jahre etwas versauen und ich soll das in sechs Minuten wieder gerade biegen. Und das ist die Schwierigkeit. Also die Erwartungshaltung ist wirklich manchmal so jetzt ein Trick und dann ist es vorbei. Und das ist natürlich naiv. Aber die wollen auch alle zu dir. Also ich glaube, dass du denen was aufbaust, also das mit sehr viel Humor, dass du Leichtigkeit auch gleichzeitig verspricht. Ach, das kriege ich schon hin mit dem Rütter. Ja, und ich finde, also ich mache das jetzt 25 oder 26 Jahre und als ich dazu kam, war ja in Deutschland noch so Schäferhundplatz und es war sehr energisch, Stützplatz und Hundetraining wurde so unglaublich ernst genommen. Ja, ja, genau. Und ich habe immer gedacht, ja, aber keiner kauft sich doch einen Hund, damit er dem ein Stachelhalsband anhängt und den anschreit. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, also deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen so ein bisschen so Leichtigkeit auch ernsthaft reinbringen, weil das war mein Thema in der Schule. Ich war ja, sag ich mal, suboptimal engagiert in der Schule selber und das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass da wenig Spaß verbreitet wurde. Und deshalb war immer klar, Wissen, finde ich, vermittelt sich über Spaß viel schneller. Wir haben ja ein Netzwerk von Schulen. Wir betreiben inzwischen 100 Schulen im deutschsprachigen Raum und alles kostet da Geld, die Trainer leben davon. Die das alle so machen wie du? Genau, die machen bei uns eine Ausbildung und dann ziehen die los. Und natürlich leben die davon und nehmen Geld für die Leistung. Eine Sache ist bei uns immer gratis und das ist die Beratung vor dem Kauf des Hundes. Wir vergeben etwa 100.000 Trainingseinheiten im Jahr und nicht mal zehn davon Beratung vor dem Kauf des Hundes. Es läuft also immer so wie von der Regisseurin beschrieben. Sie guckt und sagt, ich bin verliebt, nimmt den Hund mit, auf welche Art und Weise auch immer. Und erst dann, wenn schon die Hölle los ist, rufen die mich an. Das heißt, das ist immer im Prinzip der gleiche Weg und ich verstehe den auch, weil es ja eine Gefühlsentscheidung oft ist. Also meine Perspektive, bei mir war es anders. Ich habe den Martin schon vorher Videos geschickt und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt schon, finde ich, schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja und dann hat er einfach gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich ihn trotzdem geholt. So, das ist Next Level. Next Level ist vorher zu fragen und zu sagen, ist egal, was er sagt, ich mache es trotzdem. Ich finde das super. Ich muss zu meiner Verteidigung, ich hatte von Anfang an Profis eine Hilfe an meiner Seite. Es ist trotzdem unglaublich naiv und kann auch gefährlich sein. Ich hatte wahnsinnig Glück, weil mein Balou ein ganz, ganz lieber höflicher Hund ist. Das ist aber Glück. Der fragt, bevor er was auseinander nimmt. Ja, aber was wirklich total wichtig ist und deshalb ist es super, dass du nochmal sagst. Es ist ja eben nicht so, dass wenn man sich einen Hund anschafft und nicht sofort professionelle Hilfe hat, dass man sich vier wild gewordene Krokodile nach Hause holt. Letztlich ist es ein Hund. Und mit einem Hund zusammenzuleben ist jetzt auch nicht Raketenwissenschaft. Wir dürfen es auch nicht verkomplizieren. Und es geht ja eben nicht darum, und deshalb die Lobhudelei heute Morgen im Park, es geht ja nicht darum, dass der Hund wie ein Roboter funktioniert, sondern dass alle Beteiligten die Bedürfnisse des anderen kennen. Also das heißt, wenn mir klar ist, okay, es gibt hier ein Problem, aber es liegt daran, dass ich ein paar Sachen verändern kann, dann ist ja sowieso alles im Lot. Also man kauft sich ja keinen Hund damit, der funktioniert. Der darf ja Ecken und Kanten haben. Wie funktioniert denn die Beratung vor dem Kauf? Weil ich bin in so einer Situation, dass ich mir gerne einen Hund wieder anschaffen will. Ich hatte ja schon vier und also zwei mit meinem Mann zusammen. Wie geht das? Die Familien kommen und dann erzählen die mal ihre Bedürfnisse. Und in aller Regel läuft es so, der Mann sagt, ich brauche einen sehr aktiven Hund, ich möchte mit dem Joggen und sonst was. Und die Frau guckt den an und sagt, Junge, du hast 20 Jahre keine Laufschuhe mehr angehabt. Wie kommst du auf die Idee? Sie sagt, es ist absurd und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kaufen die sich einen energiegeladenen Hund und er hat sich fest vorgenommen, immer joggen zu gehen und hält es genau vier Tage durch. Und im Umkehrschluss erzählt sie mir dann, ja, sie wäre aber so wahnsinnig konsequent und sie wäre wirklich sehr strukturiert. Währenddessen sind die beiden Kinder, die schaukeln bei uns am Großleuchter und reißen das halbe Haus ab. Und sie erzählt dann davon Konsequenz und Erziehung. Also, da kann ich also schon mal zumindest sagen, also, was zu euch nicht passt, ist ein aktiver Hund und was zu euch nicht passt, ist ein Hund, der eine eigene Meinung entwickelt. Also die brauchen dann so ein bisschen so ein träges Döfchen. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch wirklich toll. Aber es muss schon gucken, dass der Partner, und letztlich ist es ja ein Partner, der ins Haus kommt, zu einem passt. Also das ist ja, ich meine, das hat ja jeder mit einem Menschen erlebt und das würde ich wirklich vergleichen, dass wenn du nur nach optischen Kriterien gehst und alles andere hinten raus ist egal, das wird nicht funktionieren. Du musst schon gucken, wer passt zu dir auch. Aber das ist ja dann bei Anfängern. Also wir sind ja erfahrene Hundebesitzer. Da geht es ja darum, ob man sozusagen dann zum Beispiel im Tierheim, also wir haben zwei Hunde aus dem Tierheim gehabt, und da kann man natürlich auch mal an einen Hund geraten, der wirklich ein paar Traumata irgendwie zu bearbeiten hat. Wie geht das denn dann? Kommen Sie dann mit oder schicken Sie jemanden? Genau, wir würden auch tatsächlich sogar bei der Auswahl des Hundes begleiten. Das ist dann aber nicht mehr gratis. Übrigens, übrigens, aber was ich spannend finde, der Satz, wir haben schon 30 Jahre Hunde gehabt. Also ich meine ganz ehrlich, ich gehe seit 30 Jahren oder seit 50 Jahren spazieren, ich bin aber kein Olympiasieger. Und nur weil die Leute 30 Jahre einen Hund haben, qualifiziert die das erstmal zu gar nichts. Deshalb bist du auch für den Führerschein, für den Hunde-Führerschein. Total, weil ich finde, dass jemand, der neu anfängt... Guck mal, das ist klar, das heißt, mit anderen Worten sind Sie auch dafür. Bei Berlin hat ja die meisten Hundehalter oder Hunde, ne? Ich glaube, wie viele Millionen gibt es in 10 Millionen in Deutschland? Also Hundehaufen bestimmt. Und Hundehaufen. Aber prozentual stimmt das gar nicht. Nee. Ihr habt in der Summe die meisten, weil ihr eine große Stadt seid, aber prozentual ist Bottrop, die Stadt in Deutschland. Echt? Mit der meisten prozentualen Verteilung. So, also was beinhaltet deinen Führerschein? Ja, pass auf, der Führerschein, ich finde das so interessant, dass du in Deutschland für alles einen Führerschein machen musst. Das heißt, du willst angeln gehen, brauchst einen Angelschein. Ich meine, jetzt unter uns. Angeln. Also der Angler ist ja keine Gefährdung für die Gesellschaft. Also ob der jetzt einen Klafen fängt oder eine Forelle, weiß ich nicht. Solange der nicht Dynamit fischt, ist er erstmal nicht gefährlich. Jetzt flippt mein Stiefvater gerade vorm Fernseher aus. Naja, aber er ist nicht gefährlich für die Gesellschaft. Ein Halter eines Hundes kann für die Gesellschaft total gefährlich werden, aus Unwissenheit. Das ist ein Punkt. Das wäre ein gesellschaftlicher Schutz, wenn wir einen Hundeführerschein vor der Anschaffung des Hundes einführen. Das nächste ist aber, es wäre Tierschutz. Denn ich kann dir wirklich sagen, dass 99 Prozent der Hunde, denen es sauschlecht geht, dass es denen nicht schlecht geht, weil die Leute keine Lust haben, grob mit dem Hund sind, sondern weil sie sich einfach nicht auskennen. Extremes Beispiel, ich betreue gerade einen Australian Shepherd, der hat einem sechsjährigen Kind die Achillessehne durchgebissen. Dem Kind der Familie. So, Worst-Case-Szenario, Hund sollte eingeschläfert werden, kommt über ein paar Begutachtungen zu uns. Wir gucken uns den an und sagen, es gibt überhaupt kein Argument, diesen Hund zu euthanasieren. Es war eine Verkettung von vielen Umständen, weil die Menschen haben mir erzählt, er hat dieses Kind so geliebt und die waren Best Buddies. Und dann habe ich gefragt, woran machen Sie es fest? Ja, seit dieses Kind im Haus ist, läuft dieser Hund in abgeduckter Haltung den ganzen Tag dem Kind her. Diese abgeduckte Haltung kommt aus dem Hüteverhalten und ist eine Drohsequenz. Das heißt, dieser Hund hat sechs Jahre lang geglaubt, diesen kleinen Knirps muss ich behüten. Hüten bei Schafen funktioniert, wenn die nicht funktionieren, beiß ich mal hinten rein. Das heißt, dieser Hund hat einem spielenden Kind eine Korrektur gesetzt. Ich will das auf keinen Fall schönreden, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber wenn die von Anfang an gewusst hätten, übrigens, was der Hund da macht, wird in sechs Jahren dazu führen, hätten die das in zwei Tagen Training abgestellt. Und darum geht es mir, dass also auch der Hund einen gewissen Schutz erlebt. Und das Totschlag-Argument gegen den Hundeführerschein ist dann immer, ja, soll die 80-jährige Oma mit dem Pudel jetzt zum Führerschein? Nein. Aber wenn sie sich den nächsten Hund anschafft, immer bei der Anschaffung eines Hundes, und wir machen jetzt ein Gesetz, sagen 1.1.22, und wer sich ab da einen Hund kauft, der macht einen Führerschein. Super. Und zwar vor der Anschaffung. Weil das erleichtert ja allen das Verhältnis. Ich habe mit Bülent mal für seine Sendung damals gedreht, und da ging es auch darum, Bülent zu erklären, wie kann er sich verhalten, wenn Hunde ... Das werde ich als nächstes zum Beispiel Jogger. Ja, und dann haben wir Bülent ... Reingelegt. Ich sage mal vorsichtig formuliert, reingelegt. Ich habe ihm erzählt, wenn du einen Hund siehst, du musst so schnell wie du kannst im Zickzack wegreffen. Wirklich, das habe ich auch noch gemacht. Und ich habe das gemacht. Wir haben natürlich die Situation gefakt, wir haben Hunde bestellt, die wissen, was zu tun ist, haben ihn gehetzt und gejagt. Und dann habe ich am Ende gesagt, pass auf, wenn es gar nicht mehr geht, du musst dich flach auf den Boden legen. Das habe ich echt gemacht. Und dann hat Bülent ihn auf den Boden gelegt und die Hunde haben ihn abgeleckt. Das war wirklich wunderbar. Ich habe gesagt, du musst so auf den Rücken legen und so machen. So nach dem, du gibst auf, du wirst jetzt eins mit dem Hund, da kam der so auf mich. Das sah schon nicht schön, also das sah komisch aus. Wisst ihr was, Jungs, das finde ich schon wirklich echt erstaunt. Wenn mir damals jemand erzählt hätte, ja so ein Hundetrainer halt, der auch wirklich gut ist, füllt Zehntausender halt. Das will mir einfach nicht in den Kopf, aber wir sehen es ja, wie unterhaltend das auch ist. Aber ich glaube, der Einzige, der wirklich daran geglaubt hat, war ich selber. Also ich weiß, dass ich vor 20 Jahren mal in Köln in der Philharmonie saß. Ich glaube, da war Stomp oder so, ist da aufgetreten. Und da passen, glaube ich, so 13, 14 Leute rein. Sind das die, die die Beine so hochschmeißen? Und zu der Zeit waren bei mir so, ich habe ja in Kneipen Vorträge gehalten, waren so 20 Leute im Schnitt. Und ich saß da und habe zu Freunden gesagt, ich wüsste kein Argument, warum wir so eine Halle nicht mal füllen könnten. Und alle haben mich natürlich komplett geisteskrank wahrgenommen, muss man wirklich sagen. Und ein bisschen krank ist es auch. Ja, aber das ist schon, es ist wirklich, ich habe ja die Live-Show echt angeguckt. Und ich habe jetzt keine Hunde. Also in dem Sinne, und ich muss sagen, er fesselt auch die, die keine Hunde haben. Also du machst das so eine tolle Geschichte. Ich habe ja in einem neuen Programm, du merkst, ich muss unbedingt, ich möchte, ja, aber ich will ja das neue Programm erst mal nennen. Der will doch nur spielen, heißt es da. Es ist wirklich einer der meistgesagten Sprüche, die man immer wieder hört. Also ich könnte mir auch als Joggerin, wenn ich laufe, also das mache ich auch ab und an, einmal im Jahr nicht und joggen. Deshalb diesen fitten Hund gekauft? Deshalb diesen fitten Hund, ja, du bist ja auch fit. Also ich meine, du hast dich heute wirklich besonders hübsch gemacht. Muss ich mal an. Ich klinge es wieder an. Es ist doch wirklich. Es ist immer so. Immer. Immer. Es ist doch wirklich, ich werde das nicht verstehen, warum das immer so wichtig ist. Ich habe auf Kristall eine Laudatio gehalten bei der Bambi-Verleihung. Und da sitzen ja alle dann im Smoking und keine Ahnung. Zwei Minuten vor Beginn der Sendung kam Kai Pflaume zu mir. Völlig hektisch. Ziehst du dich noch um? Und dann habe ich so flapsig gesagt, nein, du. Und er wusste gar nicht, was ich ihm sagen will. Das Verrückte ist aber. Weißt du, was wirklich strange ist? Ich kam dann raus, habe diese Rede da auf Chris gehalten. Und ich habe gesehen, so die ersten vier, fünf Reihen, die waren alle sehr irritiert. Also wirklich sehr, sehr irritiert. Und spannend war ja, dass es an dem Abend bei der Bambi-Verleihung gab es einen Preis für Toleranz in der Gesellschaft. Aber alle kacken sich da ein, weil ich mit einer Jeanshose komme. Und dann kommt noch Kristall, der den Preis in dem Pfangenen guckt mich an und sagt, Mensch, du hast dich heute richtig schön gemacht für mich. Und dann war es natürlich in der Show da oben. Also wir waren aber eigentlich bei der, der will doch nur spielen. Und das, also das wird dein neues Programm. Und ich habe es ja heute auch, ich habe mich immer gefragt, wo holt er sich denn seine ganzen Geschichten her? Ja, ja, logisch, im Park. Du musst ja bloß rausgehen und dann kommen die Geschichten. Was mich jetzt aber auch interessiert, wir haben Weihnachten, wir haben Silvester. Ich finde, Weihnachten ist okay. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass Lametta nicht wirklich die tollste Beschäftigung für den Hund ist. Schokolade. Schokolade, ja, hochgiftig. Aber Silvester, hast du einen Tipp für uns Hundehalter? Das ist ja grausam, finde ich das. Ja, also dieses Jahr haben wir, glaube ich, ja wieder das Glück, dass es verboten wird. Ja, aber das heißt... Ein paar werden es schon machen, trotzdem bin ich mir sicher. Und das Problem ist, dass die Hunde das oft nicht einschätzen können. Das heißt, es kommt zu unvermittelt. Es sind Geräusche, es sind Farben, es sind Gerüche, die für viele Hunde echt traumatisch sind. Und die banalen Sachen, natürlich kann ich einen Hund, der ängstlich ist mit Silvester, nicht alleine lassen. Das darf ich auf keinen Fall machen. Dann Rollos runter, ein bisschen Musik an. Und wenn ich einen Hund habe, der wirklich extrem traumatisiert ist zu Silvester, kommt jetzt ein ernst gemeinter Ratschlag, dann kriegt er ein bisschen Eierlikör. Und ich meine es wirklich ernst, mir ist klar, dass Alkohol für Hunde erstmal giftig ist. Aber der Eierlikör führt dazu, dass die Hunde so einen leicht bedödelten Zustand kriegen. Und die werden dann so müde, das heißt, man fängt dann um 18 Uhr an, das so zu dosieren. Wir reden von Mini- Was? Entschuldige, aber wenn du... Langsam, langsam, langsam. Entschuldige. Stopp, stopp, stopp. Ich sehe jetzt gerade meine Flitschi. Nein, 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 langsam. Katarudo Lidenberg freut sich. Nein, nein, stopp, stopp, damit jetzt kein... Um Gottes willen. Keine Flasche. Nein, nein, nein. Bei einem Hund in Dackelgröße reden wir von einem Esslöffel, nicht von einem Liter. Du bringst den um. Von 18 Uhr bis... Ja, genau, einen kleinen Pegel aufbauen. Es gibt einen Tierarzt... Einen Esslöffel einen Pegel aufbauen? Naja, entschuldige, aber entschuldige, dein Hund wiegt 6, 7 Kilo und da... Oder was wiegt das Tier? Fünf. Fünf, die feine Dame. Ist ja noch jung, ne? Die wird ja noch ein bisschen kerniger. Nach dem Eierlikör ein bisschen mehr dann wahrscheinlich. Nein, aber pass auf, damit er jetzt wirklich... Ich meine das wirklich ganz ernst, weil Alkohol natürlich giftig ist für Hunde, aber es gibt einen Tierarzt, Ralf Rückert heißt der Mann, den kann man bei Facebook und so finden, der hat eine genaue Dosierungsanleitung und ich meine das wirklich, wirklich ernst. Jedes Jahr empfehle ich das und ich weiß auch jetzt, dass mir mit Sicherheit 2000 Menschen schreiben und sich beschweren, ob ich noch ganz durchgeknallt wäre. Es ist aber wirklich ernst gemeint, weil es die Hunde in einen Schlummer versetzt. Der große Vorteil zu irgendwelchen Medikamenten, die Medikamente stellen die Hunde körperlich ruhig, der Kopf bleibt aber wach, jetzt liegt ein Hund da, kann sich nicht mehr rühren, ist aber geistig voll da. Und der Eierlikör macht den so ein bisschen döselig. Also ich meine das wirklich ernst, aber damit ist jetzt nicht gemeint, einen halben Liter. Ja, finde ich ganz toll. Nein, ganz im Ernst, weil ich habe das mit so einer Pille mal probiert, das war ganz schlimm und so, bei Fritzi mache ich alles richtig, ich stelle den Eierlikör für uns beide auf den Tisch. Martin, das ist immer wieder wundervoll mit dir hier. Danke. Schön, dass du bei uns bist.